Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Und hier ist er, euer Franz 10 Bier. Mit dem zweiten sieht man besser. Auf dem ersten Auge aber sind sie blind. Was maßen sich unsere Politikers bloß schon wieder an? Da fordern sie von der ägyptischen Regierung, nicht mit Gewalt gegen die Demonstranten vorzugehen, das aus den Mündern von Politikern, die im eigenen Land dafür sorgen, dass die Polizei der Bundesländer dafür trainiert, mit Gewalt gegen die Demonstranten vorzugehen. Das ist doch eine Riesensauerei. Selbst Stadtteilfeste, wie zum Beispiel in Dresden die Bundesrepublik Neustadt, wurden jahrelang für Übungen der Polizei einfach mal missbraucht. Und Leute, nach den Ereignissen in Stuttgart sollte es auch der Letzte in diesem Land begriffen haben, wie es um die Demokratie bestellt ist. Die Polizei ist diesmal besser vorbereitet und gerüstet. Und keine Polizei des Volkes. Wenn das Volk in unserem vereinten Land sich mal wieder eins erhebt, ja, um den Politikern einfach mal so richtig klar zu machen, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk, ja, ich bin mir sicher, dann werden sie die Polizei mit aller Herde gegen die Protestierenden einsetzen. Das ganze Theater, alles, um auch noch ihre letzten Freunde in einem Land zu retten, was sie eh schon geplündert haben. Das wird diesmal nicht so friedlich ablaufen, wie am Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Der entschlossene Mappus wartet überall, um endlich wieder zuzuschlagen. Dem ägyptischen Präsidenten Mubarak mit seinen 82 Jahren kann man sicherlich Alderstasen und Demenz als Erklärung für seinen Handel zugrunde legen. Diese Argumente fallen allerdings bei unseren Politikern weg. Mit einem Wir sind das Volk verbleibe ich bis zur nächsten Woche, euer Franz Zehnbier. Dieser Beitrag, das war mit Zehnbier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Mit freundlicher Unterstützung der Agentur für Pressekommunikation in Urte.